Andreas Kümmert, hier bei uns im Antennestudio. Heute Abend spielst du in der Kammgarn. Dein Album aktuell heißt Recovery Case. Darin hast du vieles verarbeitet, was dir in den letzten Jahren so passiert ist. Um was genau geht es da? Ja, also sowohl zwischenmenschliches, also Beziehungskram, als auch die Beziehung zur Gesellschaft im öffentlichen Leben und mit den Medien. Darum geht es auf dem Album. Es ist so eine Art, wie soll ich sagen, Regenerierungsprozess. Hilft einem das dann auch selber, das Erlebte so in der Musik zu verarbeiten? Auf jeden Fall, ja. Das hilft. Wir hören jetzt gleich noch einen besonderen Song von dir. Welcher ist es? Silver and Gold von dem aktuellen Album. Also, jetzt Andreas Kümmert hier bei uns mit Silver and Gold aus dem aktuellen Album Recovery Case. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Wiewait! Auf jeden Fall, ja. Wie erklärt Ihr bei mir? Baby, you gotta catch it before you go Something to show me the truth in that life And give me a reason to live Brings me back to when I nearly went black Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020